Teilweise Erwerbsminderungsrente. Welcher Hinzuverdienst wird angerechnet? Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Ich hatte in einem Video schon zum Thema Anrechnung Hinzuverdienst auf eine volle Erwerbsminderungsrente etwas gesagt und hier in diesem Video geht es um die Frage, welcher Hinzuverdienst auf eine teilweise Erwerbsminderungsrente überhaupt anrechenbar ist. Wieder eine Frage. Ich beziehe eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Ich weiß, dass ich neben der Rente im Rahmen der gesetzlichen Stundenvorgaben noch dazu verdienen darf. Mich beschäftigt die Frage, welchen Hinzuverdienst oder welcher Hinzuverdienst überhaupt auf die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung anrechenbar ist oder angerechnet werden darf. Antwort. Schauen wir ins Gesetz. Paragraf 96a SGB 6 Sozialgesetz Buch Nummer 6 gesetzliches Rentenrecht gibt uns die Antwort. Wie immer Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und auch vergleichbare Einkünfte und ausdrücklich im Gesetz auch noch genannt als anrechenbarer Hinzuverdienst das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das Übergangsgeld, Arbeitslosengeld und weitere Sozialleistungen, die in Paragraf 18a SGB 4 genannt sind. Das heißt also, die Bandbreite des anrechenbaren Hinzuverdienstes bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente ist deutlich höher als bei einer vollen EM-Rente. Der anrechnungsfreie Mindesthinzuverdienst oder Mindesthinzuverdienstgrenze liegt bis zum 31.12.2022 bei 15.989,40 Euro. Ab dem 1.1.2023 wird diese Mindesthinzuverdienstgrenze auf 34.545 Euro angehoben. Final entschieden ist das aber noch nicht. Das hatte ich auch in dem Video zur vollen EM-Rente und Hinzuverdienst schon gesagt. Der Bundestag muss noch in einer zweiten und dritten Lesung hier dazu entscheiden. Ich gehe aber davon aus, so sind auch die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, dass das Gesetz, also das achte SGB 4 Änderungsgesetz hier durchgewunken wird. Der Bundesrat hat schon sein positives Votum dazu abgegeben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.